Musik Alright, Herzlich Willkommen zurück zu W34 Shakes and Fidget Gameplay Wir sind beim Waschhästen Griecher Und eigentlich wollte ich mich jetzt hinsetzen und mir auch das Update anschauen Aber es stand ja in den Nachrichten, dass es erst ab Freitag online ist Also wenn ihr das Video seht, könnt ihr das Update wahrscheinlich auch schon spielen Wenn alles gut gegangen ist Es war bisher nur bis Server 10 möglich Aber gerade ganzen neuen Server, W-Server, also internationalen Server Können es erst laut dem letzten Post, den ich gelesen habe Donnerstag 22 Uhr am Freitag spielen Und das Geile ist, ich bin am Freitag natürlich Vollzeit arbeiten Das heißt, ich gucke es mir dann erst Freitagabend an Und auch am Wochenende bin ich nicht wirklich da Das ist wieder die beste Zeit eigentlich für solche Geschichten Aber das bringt mich natürlich auf die Idee, dass wir hier noch ein bisschen was zu machen haben Bei dem Krieger Und deshalb wegen der ganzen Update-Geschichte Arena Manager, der jetzt Und da möchte ich nur noch mal kurz auf mein letztes Video hinweisen Mehr Informationen rausgegeben hat Dass es halt einige Level Caps gibt, mit denen man sich deutlich mehr arrangieren kann Und dass es wohl so ist, dass man speziell nur am Anfang des Arena Managers sehr viel Zeit investieren muss Wenn man so schnell wie möglich das Cap erreichen will Aber dass es eine Sache ist, die prinzipiell dann auch jeder Spieler über die Zeit erreichen kann Und dass aber das Thema aktuell zumindest noch im Raum steht Was mit den Free2Pay-Spielern ist, die halt nicht die Pilze investieren wollen für diese Boosts und sowas Also das Thema ist noch ein bisschen offen, aber der Rest hat sich etwas akklimatisiert Jetzt muss es nur noch gut laufen Und ja, genau Auf dem Server habe ich ja das Glücksrat-Angebot gespielt Und auf NS39, ich habe schon gesagt, dass ich das auswerte Das mache ich dann aber erst nächste Woche Weil jetzt irgendwie gesagt das ganze Thema mit den Updates gewesen ist Und hier auf E34 wollen wir unseren Krieger noch ein bisschen verbessern Dazu würde ich mal sagen Schauen wir uns das ganze Thema mal an Und zwar in den Dungeons Ich hatte mittlerweile Warte mal Jawohl Ich hatte vor ein paar Tagen, also schon über eine Woche her Diesen Versuch gehabt mit Motu Gegen Motu den Knüppel 871.000, das ist eigentlich nichts Seitdem ist der Kladdi 1 verbessert worden Um eine Stufe quasi Oh, apropos Kladdi Sollten wir mal auf die nächste Ach nee, warte mal Ich wollte eigentlich Stimmt, ich wollte warten, bis das Ding hier gegessen ist Ich wollte erst den Kladdi wieder hoch machen Warte mal, aber bevor ich das vergesse Ich werde noch den Nubing Nub angreifen Ich habe noch keinen gefunden Also ich habe noch nachher gesucht mit einer höheren Stufe Weil der Wächter auch noch ziemlich low ist Aber das müssen wir natürlich auch bald machen Okay, perfekt Haben wir erledigt Und Auf jeden Fall muss der Dungeon jetzt gehen Ich muss noch ein paar Level machen Aber wir wollen auch im Schatten Dungeon Huch Ja, ein paar neue Die paar neuen Sounds haben wir uns jetzt auch angehört schon mal Ich versuche hier zu schlafen Es sind einige neue Sounds dabei Und Aber Wie sieht es denn jetzt hier aus? Genau Ja Fette Geräusche Fette Geräusche Motto der Knüppel Ich würde sagen Du Solltest jetzt Das Zeitliche segnen Jawoll Und man sieht Und man sieht Dass es schon Ja, nur noch anderthalb Level waren Die wir jetzt gut gemacht haben Und wir kriegen Eine Glückswaffe Wunderschön Diese 300 Millionen Erfahrungen Machen gar nicht mehr so viel aus In diesem Bereich Zweiter Glücksgegenstand Freut sich dann auf jeden Fall Der Schmied darüber Aber trotzdem Ist es ein Level Up Also es Das Lachen finde ich cool Ja, und der klingt ein bisschen Warte mal Ist natürlich doof Dass es immer der gleiche Sound ist, ne? Aber ich finde Dass dieses Lachen So ein bisschen klingt Wie Varys von Game of Thrones Beim Markwart Der Varysche Markwart Können wir ihn nennen Und die Frage ist natürlich Ob wir dann auch schon Jan den Hammerer schlagen können Ich vermute ja Dass das möglich ist Das ging jetzt ja doch sehr schnell Der ist natürlich stärker Aber es wäre nice Wenn wir ihn schlagen könnten Ja, wenn wir einen guten Versuch rausömmeln Aber ich habe natürlich Mit einem Krieger Das noch nie gemacht Vielleicht Brauchen wir Doch noch etwas Na gut, der von den Skills Okay, der war schon gar nicht so schlecht Aber der hat ja doch 3000 Stärke mehr gefühlt Ich würde mal sagen Wir geben hier nochmal 10 Versuche Ich muss sagen Die Performance Die hakt ein bisschen Die Performance Hakt aktuell Und da haben die noch nicht mal Den neuen Server Und die ganzen Sachen aufgespielt Also Das Muss sich noch verbessern Ich glaube Wenn ich einen Mega Lucky Try hätte Dann könnte das ganz gut sein Aber Ich meine es 6 Millionen HP Oder sowas Das ist jetzt auch nicht so viel Das sind 1, 2 Grits mehr Richtige Grits Aber Ja 6,9 Es ist Wieder 6,9 Gucken wir uns den mal an Damit wir mal ein Gefühl dafür kriegen Was hier passiert ist Jan der Hämmerer Man muss immer gucken Wie häufig Hat er gegrittet Der Gegner Also ein Grit Zu einem Grit Ich habe einmal geblockt Grit 1,1 Block 1,0 Block 2,1 Grit 2,1 Alter Ich habe mich Ich habe mich schon verzählt Ja hinten raus kommen die Hits Na Uff Okay Ja das ist schon Tendenziell habe ich Mehr gegrittet Und mehr geblockt Auf jeden Fall Also Das heißt Dass es mit ganz viel Glück Passieren kann Aber Das müssen wir jetzt nicht Über die Kante brechen Denn wir haben mit dem Schatten Dann schon ein bisschen mehr zu tun Würde ich sagen Wir fangen natürlich mal an Mit den Wirbelstürmchen Und das können wir gleich mal Wegschmeißen Nummer 1 Nummer 3 Nummer Stere Nummer 4 Oh hier eine Million Mittlerweile schon Ja nicht so schlecht Also die Items Wären auch wertvoller Das merkt man im höheren Level Weil hier Zur Spitze Auf jeden Fall Einiges aufzuholen ist Und das ist nicht wenig Ich glaube wenn man mehr als 10 Versuche braucht Sage ich immer Gut dann lasse ich es Dann lasse ich es ab sofort Aber bisher waren noch nicht mehr 10 Versuche dabei Das sind First Rise Weiterhin First Rise Alles First Rise Leute Hier ist zu lange nichts passiert Nice Da freut sich der Krieger 1,9 Millionen Schicki schicki Okay Neue Gegenstand kriegen wir auch bald Nice Okay das Ding lasse ich mal hier oben Schaffen wir 300 Etagen Ja 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 die Stärke Gegner glaube ich Dauern am längsten 5 6 7 8 9 10 Ja ich glaube es waren 11 Versuche Aber lassen wir mal durchgehen Lassen wir mal durchgehen 12 Intelligenz Gegner Wieder Intelligenz Gegner Gehen Instant Oh Voller Rucksack 640 Durchschnittschaden Eieiei Ich brauche schon wieder eine neue Waffe Der Krieger Brauche schon wieder eine neue Waffe Brauche schon wieder ein neues Epic Die Werte sind schon wieder viel viel besser Oh das ist 1600 aber nicht schlecht 1500 ist auch nicht schlecht Aber oh 2,4 Millionen 1600 ist auch nicht schlecht 2,2 Millionen Ja die Werte gefallen mir so ein bisschen Dann würde ich sagen Verkaufen wir das Ding auch noch Und die beiden lasse ich mir übrig Für den Schmied morgen Schöne Sache 287 Gelevel Ja ist auch schon wieder weit fortgeschritten Regen haben wir gleich wieder für die Hexe Ich will jetzt mal Okay Int Gegner jetzt Ah Noch ein Int Gegner Kommt viele Int Gegner aber Gut die brauchen schon ein bisschen länger Das ist ganz klar Und jetzt glaube ich der 300 Ist ein Ne 297 Ist ein Stärke Gegner 4 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15 16 17 18 19 Der Geschick Gegner Noch mal ein Geschick Gegner Und Etage 300 Machen wir noch Etage 300 Waffen Warum sind die Waffen nicht am wertvollsten Verstehe ich nicht Jetzt das passt Yes Yes Wieder 2 Millionen Das ist ordentlich Geld 3,4 Millionen für den Kessel Schöne Sache Harry Schöne Sache Können wir wieder skillen Ich habe eh noch ein bisschen zu viel Gold Merke ich gerade Machen wir mal auf 200 2465 2460 Und 2140 Ich Skill nämlich Glück auch sehr stark hier mit bei dem Char Ich habe immer noch Günü Gold Aber Ich weiß noch nicht was ich halt Zunächst Machen möchte Deshalb Halte ich mir das Ganze noch ein bisschen offen Und Ja Schauen wir mal was Hier jetzt noch geht In diesem Bereich Drache Jawohl Schön Und wieder ein Glücksitem Ach Jetzt habe ich natürlich Die Glückswaffe hier nicht eingefügt Uff Und das war auch ein Glücksitem Das habe ich ja fast vergessen Schön Schön Freuen wir uns Können wir gleich Dem Schmied mal reingeben Wie viele Werte hat das Ding hier 10 Und 900 Ja passt Schön Also wieder mal Mal 5 gerechnet Das Ganze Und dann kann das auf jeden Fall Für die Für den Schmied eingesetzt werden Die Ressourcen Die sind sehr sehr nett So Auf 288 gekommen Dadurch Hier haben wir Etage 8 von 10 Alien des Zwielichts 4 5 Oh jawoll 3 Attribute Ring Perfekt Der Ring ist für den Mage Ja ist eigentlich gar nicht so übel Die Sache ist Ich glaube ich ballere da einfach mal einen Ausdauerstein rein Warum nicht Ich kriege eh wieder meinen Instein Das ist nicht so das Thema Und wir müssen natürlich die Upgrades machen Ganz vergessen Und alles was wir jetzt an Level erreichen Ist eine gute Vorbereitung für kommende Events Denn Ganz klar Epic Event Aber auch XP Event ist es ganz sinnvoll Die Level mitzunehmen Und wir nähern uns langsam der Stufe 300 Also das 3 Attributes Epic noch nicht eingetragen Und das 5 Attributes Epic was wir jetzt bekommen haben Tragen wir auch gleich mal ein Und ja Das sind wieder Kristalle 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 Nicht schlecht Hier gab es jetzt die Information Das will ich mal gerne ausprobieren Was ist wenn wir hier Ein Attribut Upgrade machen 821 Kristalle Gucken wir mal 850 Kristalle Immerhin Weil wir haben ja ganz viele Metalle Aber wenig Kristalle Äh Macht das Sinn auf die zweite Stufe zu gehen 12 Kristalle müssen wir Ja Also wir haben 12 investiert Haben aber ungefähr 60, 70 bekommen Das ist jetzt nicht viel Aber theoretisch Kann man das halt machen Zumal man ja hier eh wieder Metalle bekommt Wir können mal das Gegenstück nochmal machen 903 Attribute Also am Anfang bezahlt man eh nur Metalle 935 Also Das ist klein viel Aber klein viel macht auch Mist an der Stelle Ja Danke für den Tipp auf nochmal an Glauber Vedox Der mir den damals Gegeben hat So Sind wir aber jetzt schon fertig hier Ne Wir sind noch nicht Stufe 290 Lustig wäre natürlich Ob wir die Mordmaschine auch schaffen Oh die sieht aber ziemlich Die sieht ziemlich hübsch aus Muss ich sagen Es ist äh Ist prinzipiell Intelligenzgegner Oh yes Nice Und ein 3-Attributs Ring Weil wieder erhalten Das ganze Thema Gefällt uns doch Sehr gut Ich überlege gerade Ich kann wahrscheinlich Dann doch Die Handschuhe Äh Wegwerfen Ja Die verkaufe ich Dann Passt das ganze auch 289 Das sind noch 2-3 Dungeons Die sind noch legbar Die sind noch legbar Äh 3-Attribute Epic Auf 32 hochgeratzt Und dann würde ich sagen Pyramide Des Wahnsinns Den Höhlenzyklop Oh der hat uns nichts entgegenzusetzen Hat ein 5-Attribute-Gürtel Ja den Weiß ich nicht Ist das was für eine Mage Tendenziell ist das etwas für den Mage Warum auch nicht Äh für den Mage Schon für den Für den Bärdrahm ist das natürlich Und der hatte hier einen Ausdauerstein drin Das heißt Ausdauer Für Ausdauer Zack Level Up Zack 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 Und es geht weiter im Text Mit Der zweiten Etage Oh Und wieder 3-Attribute Ah 5-Attribute nicht eingetragen Und nochmal ein 3-Attribute nicht eingetragen Ja 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 Ah Kommt alles durcheinander Die Zeiten Also die Epics läppern sich 379 Geschick Joa Oh guck mal an Der hat doch manchmal einen Stein drin gehabt Das ist natürlich ungeil Joa dann hier Hauen sie rein Rein Vorwärts zum Sieg Oh hier guck mal 1000 Kristalle 63 Ja oh das waren fast 40 plus Jetzt hat er 1101 Kristalle Und 1137 25 nochmal gut gemacht Hammer wieder viele 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 Kristalle Und wir müssen noch einen Dungeon schaffen Für Level 290 Dann würde ich erstmal für heute Schluss machen Das ist das Alien der Hölle Geschickgegner In 3 2 1 Ach Logo Nice Ach Ja hier Keine Ahnung was das hier gerade war Ja mein YouTube Converter kam da rein Den muss ich mal ausstellen Wenn ich dann wieder doch mal ein Lied Geil finde oder sowas Oder ein Part eines Videos für mich behalten will Ähm Schön 3 5 Attribute nochmal bekommen Ja ok Hätte auch 3 Attribute sein können Meinetwegen Ja ist jetzt auch nicht so fett das Upgrade Aber immerhin Ausreichend Und damit sind wir auf Stufe 290 Aufgestiegen heute Das waren einige Level Und ganz am Ende sind wir noch nicht Tendenziell könnte man jetzt zum Beispiel nochmal Skillen und doch nochmal ein paar Versuche geben Für Jan den Hämmerer Dann werden wir natürlich 291 Gehe jetzt mal auf Stärke Machen wir mal auf 2500 Stärke Gehen wir mal ein bisschen in den Vorschuss 2500 Erreicht Gehen wir noch auf 65 Machen wir 2000 Ich mag es ja mal wenn die Zahlen so Ach nein ich habe nicht verklickt Dann machen wir 2470 Dann machen wir hier 2170 Und dann gucken wir mal Ob das schon reicht Ich denke nicht Aber ein paar Versuche können wir noch geben Das lief jetzt so gut im Schatten Dungeon Dass wir hier nochmal Zum Ersten Zum Zweiten Zum Dritten Wäre geil gewesen Also die Attribute haben sich jetzt nicht so krass verändert Eigentlich Das dürfte Wow Jetzt hat er Bock Jetzt läuft die Performance besser Und jetzt hat er Fetten Bock Ich würde sagen bis 3540 Pilze können wir gehen Aber das wäre mega der Lucky Try Wenn der jetzt fallen würde Es wäre natürlich unglaublich genial Sowas dann auf Video zu haben Aber selbst die 6 Millionen Habe ich noch nicht mal angekratzt in den Versuchen Obwohl die Werte ja doch nochmal ein bisschen besser geworden sind Durch die Level schon alleine Mehr Leben Jetzt habe ich meine Cap Jetzt habe ich meine Cap schon erreicht Okay Die Sache ist immer 5 Pilze nach der Cap Ist der Weg frei Für alles andere 3.530 Basic Wie lange habe ich Ach ja ne Moment mal hier Trotzdem Wie lange habe ich nach so einer Waffe im Epic Event gesucht Wie lange Junge Freunde Des gepflegten Geschmacks Boah da muss ich sogar Den Mit den Stein holen Den Das muss ich mir gönnen Das Das gönnen wir uns jetzt Alter das ist ja richtig nice Falls ich keine Waffen finde Habe ich wenigstens schon eine gute Waffe Sockel Upgrade Und ich glaube Ne Das ist zu krass Das ist zu krass Aber Wir nehmen die Steingewinnung hier mit Die Kristalle Die 10 Pilze Gönne ich mir Das ist so ein fetter Stein Ah jetzt habe ich Ja gut ich habe die Attribute verloren Stimmt das war ein bisschen doof Mal 4 Ich habe jetzt ein paar Attribute verschenkt Durch die Steingewinnung Aber egal Wir haben genügend Ressourcen da Das ist nicht schlecht Das ist wahrlich Nicht schlecht Und Die Sache ist Ich könnte Sky is the Limit machen Mit dem Schild Tennis Ich könnte Sky is the Limit machen Dann hätte ich gar keine Ressourcen mehr Das wäre natürlich für den Jan den Hemmerer auch wieder interessant gewesen Aber das muss ich jetzt Tatsächlich auch nicht übers Knie brechen Uff alter Was für Ein fettes Ding Das sind Habe ich die Habe ich die Epix mit reingenommen Ne ich glaube nicht Ich habe hier nur die 130 Dungeons genommen Holundor Hätte ich dir mal Ehren gemacht Was sagt Drogo Der Drogo sagt auch Let's go Was Wollt ihr mich verarschen Oh Gott sei Dank Ist die Waffe schlechter Gott sei Dank Ist die Waffe schlechter Ich hätte mich ja Dumm und dämlich geärgert Oh 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 Also Osteros ist auf jeden Fall am Start Jetzt haben wir die rote Blindschleiche Aber selbst die könnte noch fallen Es ist nicht unbedingt gesagt Dass die nicht fällt Acht Neun Zehn Alter Junge Und drei Attribut ring Eier Da hab ich natürlich einen schwarzen Stein drin, ne? Hm, den behalten wir uns mal. Ich krieg ja noch ein paar Steine demnächst. Das heißt, wir ballern das Ding weg und schon ist wieder... Ich hab mich so gefreut, dass das Inventar leer war und jetzt ist es schon wieder full, full. Also, das kannst du dir nicht auf der Zunge vorstellen. Ich meine, gut, ein paar Sachen gehen weg morgen, aber... Alter Schawede! Könige Mutter! Achso, ich glaube, das war tatsächlich der Dungeon, der so mit Jan, der Herrn Hammerer so ein bisschen gleichzusetzen ist. Wenn man den einen schafft, kann man den anderen schaffen, so gefühlt, ne? War das ein Geschickgegner? Du brauchst sehr viel Glück, probier mir jetzt nicht aus, aber hier ist ja auch noch was. Der Wodka-Wandte-Hut zum Beispiel. Ich hab mir die Dungeons überhaupt noch gar nicht angeguckt, Leute. Was hab ich hier gemacht? Verkniffte Angus. Freunde! Das ist... Das ist... Fatal! Fatal ist das! Ich kann jetzt keine Dungeons mehr machen. Ich hab keinen Platz mehr im Inventar. Das geht doch... Das geht doch nicht. Äh, warte mal. Junge. Äh, hier. Zack. Ich brauche... Ich brauche den Schmied. Ich muss Gegenstände loswerden. Okay, Leute. Das lassen wir dann hier. Also wir sind jetzt auf 292. Wahrscheinlich geht's sogar noch mehr, aber ich hab keinen Platz mehr im Inventar. Das ist, äh, mein... Mein tiefstes Dilemma hier an der Stelle. Das Arbeiterquartier gerade hochgelevelt wird. Und, äh... Ja, und, äh... Ist natürlich, äh... Ein bisschen was passiert. Und ich hab sogar schon einen Glückwunsch erhalten. Yay! Also, Leute. Ich gönne euch auf jeden Fall das Update. Schaut's euch an, wenn's auf allen Servern da ist. Guckt auf jeden Fall im Forum nach. Die werden dir ja nochmal geschrieben haben, ob's wirklich da ist oder nicht. Dann zockt es. Lasst euch, ähm, selber davon überzeugen. Ich werd es auch machen. Mal gucken. Vielleicht hab ich's auch im Video. Die anderen Streamer werden es streamen oder, äh... Auch spielen, beziehungsweise haben es ja schon gespielt auf S1, 2, 3, 4 oder 5. Ist alles kein Problem. Ihr werdet das Ding locker reißen. Mir hat das Spaß gemacht, den Krieger auf Vordermann zu bringen. Ähm, ein bisschen aufzuholen. Reinhold hab ich jetzt eingeholt immerhin. Äh, ansonsten bin ich von den Stufen natürlich schon noch, äh, ein bisschen hinterher. Aber, ja... Nicht mehr so weit weg, ja. Und ich, äh... Bin in den Top Ten, glaub ich, vom Level auf jeden Fall wieder dabei bei den Kriegern. Nice. Sehr gut. Also, das war's dann für mich. Auch da rein macht ihr Tschüss und Servus. Euer Basti. Das war's dann für mich. Ich Was? Vielen Dank.